Ich habe aber auch keine Ahnung, wie viel Schaden wir ihnen gemacht haben. Hier kann natürlich auch einer sein, der kriegt einfach nicht viel Schaden. Meine Dinger würde ich gerne behalten, aber ich sehe sie nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie immer noch nicht. Ich sehe aber auch nichts dran. Au. Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe keine Strategie gegen den, ehrlich gesagt. Aber meine Strategie ist irgendwie nicht sehr nennenswert. Okay, ich hatte gerade mein Schild oben, aber es muss auch nicht immer oben mit dem zählen. Ist egal, ich habe meine Ausdauer geklaut, aber es ist egal. Diese Stampfattacke ist aber auch einfach... Was soll ich denn dagegen tun? Erklärung eines Spieleentwicklers, was man gegen Feuerstampfattacke 50% Schaden ausrichten soll. Danke. Vor allem macht er ja auch nichts anderes, ne? Ich kann da gar nichts gegen tun. Wir müssen einfach... Wir müssen warten, bis der aufhört, Feuer zu spucken. Ich kann ja nicht mal mehr ausweichen, weil es brennt. Mann, Entwickler, warum sind manche Entwickler einfach so strunzend dumm, dass sie nicht drüber nachdenken, wie Leute Bosse besiegen sollen. Ja, er macht jetzt die ganze Zeit den Hüpfi und ich kann hier Abstand halten ohne Ende. Ich kann da nicht mal mehr was tun. Der fackelt die ganze Bude ab. Der fackelt die ganze fucking Bude ab. Was soll ich denn machen gegen den? Fernkampf oder was? Danke auch. Kann der nicht mal zusammenbrechen oder sowas? Ich weiß nicht. Ich habe keine Chance. Der stampft und es brennt. Und ich werde jetzt auch einfach liefen. Ich werde einfach liefen, weil... Das ist, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was Elden Ring hervorgebracht hat. Er stampft auf den Boden und es brennt einfach die ganze Zeit nur. Schild geht nicht. Ausweichen geht nicht. Feuer 50% Schaden. Zuschlagen kannst du nicht. Okay. Wir haben halt einen Boss entwickelt, der scheiße ist. Naja, typischer Elden Ring, ne? Das war schon immer eine Kunst von sowas. Man muss Sachen unnötig schwer machen. Entweder du bist Magier, Fernkämpfer oder du kannst den nicht besiegen. Ja, schade. Such dir aus. Danke. Ich bedanke mich recht herzlich, dass dieses Spiel so ist. Danke. Freue ich mich immer darüber, wenn sowas ist. Freue ich mich immer darüber. Macht unheimlich Spaß. Deswegen, ich weiß noch nicht so ganz, was ich dagegen tun soll. Ganz ehrlich, ich werde jetzt hier auf irgendwas... Ich glaube, ich habe jetzt keine Mana mehr. Jetzt haben wir verloren. Ich weiß nicht, was ich wirklich gegen das Feuer tun soll. Gibt es irgendeinen Trick? Irgendeinen zaubermagischen Zaubertrick, den wir dagegen tun können? Achso, das Feuer trifft. Okay, ja, okay. Gut. Ich denke mal, der magische Zaubertrick ist Lauf einfach weg, denn das Ding kannst du nicht besiegen. Ich vermute mal, das wird der Zaubertrick sein. Lauf einfach weg, du kannst es eh nicht besiegen. Diese Dinger sind leider nicht so wirklich killbar, es sei denn, du bist vielleicht ein Magier. Es kann natürlich sein, dass du als Magier hast du natürlich, denkst du dir hier so, ne, was ist das für ein halbes Schnitzel, was du hier bekämpfen musst. Das ist ja nicht wirklich stark. Und aber als, 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 als... Nahkämpfer denkst du dir, Entwickler hat falsch gedacht. Weil, siehst du ja, was das für ein Feuer macht. Großes Feuer, bum bum. Großes Feuer, bum bum. Null Chance. Es ist ein... Sorry, aber guck mal, wie weit ich weg bin. Ich möchte behaupten, dass ich übermenschlich weit weg bin. Und dass das dann vielleicht nicht mehr so... Nicht mehr getroffen werden sollte. Ne, ich gebe auf. Das ist sinnlos. Ich weiß nicht, das ist, das ist der Endboss. Ich hab keine Ahnung. Es ist aber massiv sinnlos. Es ist so sinnlos. Wir machen, A, machen wir überhaupt gar keinen Schaden. Und B, ersetzt das ganze fucking Feld in Brand. Es gibt nichts, was wir gegen, ersetzt das Feld in Brand, selbst machen können. Es gibt doch... Ich weiß es nicht. Also, meiner Meinung nach... Gibt es da keine Möglichkeiten. Wenn ihr gerne Ideen habt, sagt. Aber das Ding... Ja, weiß ich nicht. Wäre ich Eldenring, würde ich ein Patch drüber ziehen. Aber okay. Jeder macht es anders. Ich hätte da ein Patch drüber gezogen, weil sich das sehr ungerecht anfühlt. Als Nahkämpfer gegen den zu kämpfen. Aber okay. Jeder kann eigentlich... Jeder entscheidet selber, wie er sein Spiel macht. Und das ist nun mal seine Entscheidung. Gut. Ja, weiter geht's. Wie gesagt, das ist... Wir gehen hier einfach weiter. Das Ding ist einfach not killable. Kein Schaden. Im Umkreis von 50 Meter. Alles in Brand setzen. Da ist gar keinen Bock drauf. Wir gehen jetzt hier rein. Ich weiß nicht, was hier ist, aber wir gehen jetzt hier rein. Katakomben, glaube ich, hießen die, ne? Ah, mein Gott. Ja, ich war... Abgelenkt. Ich gebe es dazu. So nicht. Keine Ahnung. Der hat geweint und ich hasse Mems. Sagt der, der sich darüber beschwert, wie... Wie unsagbar ungerecht dieser Ofenriese ist. Also nicht... Ja, wir haben auch noch eine Feuerwaffe. Natürlich. Wir sind halt... Wir haben nicht den Bild dafür, einen Ofenriesen zu besiegen. Das ist nun mal so. Wir haben nicht den... Kampfrolle. Guten Tag. Ich wollte gerade Kampfrollen. Ne, wir haben nicht den Bild dazu, einen Ofenriesen. Wir müssen... Wir müssen gucken, dass wir denn andere Waffe wieder benutzen. Müssen wir sehen. Weil Feuer ist halt gegen einen Ofenriesen auch nicht gerade sehr... Killermäßig. Da muss man... Da muss man ehrlich gesagt gucken. Wir könnten gucken, ob wir den vergiften können und dann weglaufen. Aber rein theoretisch... Ist es kein menschlicher Körper? Silbernes Horn. Oh ja, so. Jetzt muss ich mich da drauf stellen, weil... Weiß ich nicht. Irgendwie... Weiß ich nicht. Es wirkt jetzt, als ob man da drin stirbt. Wenigstens kommen wir so easy peasy durch. Sonst lässt sich dann... Sobald Feuer irgendwo... Müssen wir uns überlegen, was unsere Strategie ist eigentlich bei Feuer. Feuerresistenzen und so einen ganzen Kram. Ob da nicht. Kriegt er so. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wo ich dann hinkomme, wenn ich jetzt hier runter... Jetzt haben wir zwei Optionen. Komm, heulen die denn hier alle? Okay, wir haben nur eine Option. Seine ist, kann man kaputt machen. Nö. Das ist nur ein Lichtchen. Ich lasse es ja nicht zu, dass ich hier so voll rum sitze. Na ja, gar nicht haben. Hier sind nicht nur die Ruinen gebrochen. Hier ist alles gebrochen in dem Spiel. Oder in der... In der Welt hier gerade. In den Katakomben. Gut, es sind Katakomben. Ja, was erwarte ich. Fröhliche Leute. Eher weniger, wa? Hey, alles gut? Oh, bitte. Nicht das Glas. Alles nur nicht da. Ich verspreche es. Ich werde es nie wieder tun. Ich schwöre, ich lebe wie ein Heiliger. Bitte, ihr müsst mir vergeben. Vergebt mir, bitte. Ich glaube, den Wort nicht vergeben. Ich glaube. Einfach mal nein. Oh Gott, wenn ich das da sehe, kriege ich jetzt schon kurz Krämpfe. Muss ich da jetzt so wirklich runter? Das wollt ihr doch nicht, oder? Oh, ihr wollt das wirklich. Warum hast ihr mich? Jump in one. Geh weg. Ich werde doch so nicht runtergehen. Nein, es gibt einen anderen Weg. Habe ich da denn irgendwas von, wenn ich das mache? Außer Spiel, Spaß und Freude? Wir müssen das wirklich machen, ne? Das ist doch eine Falle hier. Ich weiß nicht, was es war, aber fahr dein Ding da wieder. Ach, das war so ein Topf, ne? Innerein Fleisch. Eklig. Was machst du da oben? Gibt es da was? Sag es mir nicht. Es gibt da nichts. Okay, wir dürfen Spielspaß und Freude hier haben. Hippika, ja, yeah. Das ist absolut nicht meins. Die Ketten da oben haben uns beinahe den Tod gekostet. Was? Oh, für Glas. Was tut man nicht alles für Glas? Okay, okay, okay. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich bin übelst gut. Mir ist schon schlecht, so gut bin ich. Wir hätten da drüben hin müssen, da ist eine Kiste. Okay, ist egal. Scheiß auf die Kiste. Das schaffe ich hier nicht. Nein, das schaffe ich da nicht in die Kiste. Okay, okay, okay. Jo. Jetzt sind wir hier. Kannst man ja nicht erzählen, dass ich da unten auf dem Pott soll, oder? Berühre mal einen Blutfleck. Gucken wir uns ihn an. Ja, er hat sich entschieden, in den Tod zu springen, alles klar. Ähm. Ja, ich würde mich einfach entscheiden, hier nochmal runterzufallen, ne? Und zwar auf den da. Ach komm, deine Mutter! Ich wollte ja auch auf die da, wo die Kiste ist. Ach komm. Okay, das war, das war Next Level ungerecht. Das war Next Level ungerecht, weil wir tatsächlich auf dem Pott gelandet sind, aber abgerutscht sind. Wir sind aber gelandet rein. Theoretisch hätte das den Fall bremsen müssen, weil das... Weil wir eine Landeanimation hatten, aber gut. Was bist du denn, Junge? Also es hätte den Fall tatsächlich bremsen müssen, weil da eine Landeanimation war, aber ist in Ordnung. Denn halt nicht mehr. Wollt ihr denn alle gegen mich kämpfen hier? Ach, die sind doch... Ich wüsste doch selber, dass sie keine Chance haben. Nein. Doof Nasen. Jammer hier. Juckt mir die Nase. Ich ignorier die jetzt einfach mal, ne? Ich ignorier die jetzt einfach mal. Toll, ey. So gut gekommen, ey. Und dann? Ich hab das. So gut fashion. So gut. Iа- Okay grap MAC. Okay grap ??? Der Oh man. Wir werden alle unsere Ruhen verlieren, ne? Wir stehen. We are standing. We are standing. Nimm das aus dir raus, Mensch. Das ist eklig. Oh, hallo, kleiner Bot. Ach, Mensch. Das Problem ist, unsere 200.000 Ruhen liegen... ...da. ...auf dem anderen Bot. Ist theoretisch ein bisschen scheiße. Aber hat sich doch gelohnt. Immerhin kriegen wir... ...das. Ja, ähm... ...muss ich die bekämpfen? Ich mag die Schöpfe eigentlich. Die fand ich immer süß. Weiß ich nicht. Ja, ähm... ...ja, ähm... ...jag hab gesehen, wie du rausgekrabbelt wirst. Ja, mein Problem sind wirklich die Ruhen jetzt da, ne? Das ist so ein bisschen kacke. Oh, ja. Was soll's. Hallo? Fleischbops. Da ist einfach nichts. Da ist noch ne Kette, aber das ist eigentlich auch nichts. Beim Top. Top. Was will dieser Top von mir? Ich hab keine Ahnung, was der vorhatte, aber er ist uns entgegengerannt. Oh, la, 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 la. Jetzt hör mal auf, mich mit deinem Fleisch anzuwichsen. Ja, oder das. Das kannst du auch lassen. Wir sind beinahe runtergefallen. Das wär nicht lustig geworden. Wir hätten unsere Ruhen verloren. Also, wa... Warum, Mann? Lass das doch mal! Mensch, was soll denn das immer? Wer hat das denn hier konstruiert? Fällt da alles auseinander? Na, da. Na, da. Na, da. Was ist denn hier los? Da kommt Leben wieder. Ach nee, wenn du da... Lass mich jetzt mal hier gucken. Okay, die Musik wird nervös. Warum? Das macht mich nervös. Ich bin ja hier überhaupt gar kein Fan von, ne? Von dieser... Exkurrision. Ich denke mal, das war jetzt einmal so im Kreis laufen. Kein Monster, das irgendwo rausgekrabbelt kommt. Weiß ich nicht. Die sind sehr langsam und leise. Bin ich zurückgegangen? Jetzt bin ich ein bisschen lost. Warte mal, hier war die Nachricht, dann waren wir hier und dann... Okay, dann muss ich hier lang. Gut, was ich jetzt hier soll, da war nichts. Okay. Okay. Noch mehr Krüge. Okay. Ich kriege mal dein Leben. Danke. Lieb von dir. Habe ich da was von, wenn ich das mache? Sieht so nutzlos aus. Sie geben mir Leben wieder. Brauchen wir nicht heilen. Sobald wir auch niemals unsere Waffe, glaube ich, aus der Hand geben werden. Die ist einfach so gut. Ich mag sie so sehr. Außerdem schubst sie so viele Bosse um, die normal menschlich sind. Okay, eins, zwei. Die ist einfach so gut. Was ist das? Was ist das? Dankeschön. Das hat nicht so sehr weh. Was ist da? Ja, ich muss da rauf, ne? Oh, da ist der Boss. Da ist er super. Okay, wir sind beim Boss. Wir sind beim Boss. I'm not a huge fan of it. Okay. Der hat unsagbar viel Schaden gerade gemacht. Halt, Mensch, Schwertkämpfer Josch. Manchmal ist das, das ist einfach so ungerecht böse. Wenn wir unsere, wenn wir unsere, ist es einfach, manchmal ist es, manchmal ist es einfach zu böse. Ja. Manchmal ist es tatsächlich einfach zu böse, wenn wir die ganze Zeit mit unserem Schwert auf den Boden kloppen. Das muss man einfach, das ist manchmal sehr böse. Gebe ich zu. So, es könnte sein, dass ich jetzt was Dummes mache. Kann aber auch sein, dass es, ich will meine, meine Dinger wieder haben, meine, meine, meine Seelen. Das ist mein großes Problem gerade. Dass ich meine Seelen wieder haben will. Ich werde mich jetzt hier nicht hinsetzen, weil wir haben keinen Schaden genommen und... Gut, wir haben Schaden genommen. Der hat, also wenn er uns getroffen hat, hat er ganz schön, der hat ganz schön draufgezimmert. Der hat uns halt nur die ganze Zeit nicht getroffen. Durch unsere... Naja, durch unseren Freund. Die ist, die ist halt doch sehr overpowered. Ich gebe es ja zu, die ist wirklich übelst überpowered. Hä? Ist er gestorben? So, ich möchte die 200.000 Seelen halt einfach wieder haben, ne? Ich will gleich mal gucken, wie wir das denn am besten machen. Ich will jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. Dass wir auch heil wieder rauskommen, weißt du? Obwohl, dass ich jetzt den ganzen Weg nochmal machen will. Möchte ich ja eigentlich nicht. Aber ja, es gibt ja so eine Rückkehrasche und sowas. Also ich will mal gucken, ob wir sowas denn finden oder haben. Wir werden sowas garantiert besitzen. Hundertprozentig werden wir sowas besitzen. Aber ja. Dann wird es ja mehr EXP gegeben. 5000. So, ich will kurz gucken. Inventar. Weil ich weiß echt nicht, was wir so... Okay. Also ich will kurz gehen. Also ich will kurz gehen. Jetzt will kurz gehen. Ich muss gucken, es tut mir leid, ich muss gerade gucken. Das möchte ich ja nicht, ich möchte, dass nicht alle Ruhen verlieren. Haben wir sowas nicht? Scheiße. Okay. Hier haben wir leider auch keine andere Wale und müssen nochmal ganz durch. Bleib mal mit stehen! Das hat mir jetzt nicht gefallen. Aber 230.000 ist halt doch ein bisschen viel, ne? Das ist halt doch ein bisschen viel. Oh, wir haben es geschafft, sehr gut. Jetzt kann es nichts mehr passieren. Oh, der lebt. Hi. Entschuldigung, wollte nicht auf dich landen. Hahaha. Okay. Ich versuche ein bisschen durchzuflitzen. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell geht mit dem Flitzen. Das ist egal. Ja, wir müssen halt leider fallen, ne? Ich habe halt leider nichts mehr scheinbar, was uns wieder zurückführt. Leider wird das. Aber wir kommen ja trotzdem relativ schnell hin, muss ich sagen. Gehe ich mal von aus. Müsste ja von der Theorie hier schon gleich da vorne sein. Den Großen brauchen wir nicht besiegen. Oh, ich glaube irgendeiner ist in den Tod gefallen. Hihi. Vielleicht bei einem Anlaufsprung, keine Ahnung. So, jetzt haben wir es geschafft. So, zum Eingang zurückkehren. Gut. Puh. Und jetzt werden wir nämlich speichern und Feierabend für heute machen. Dafür gehe ich nochmal ganz kurz so runter zu... Wobei, ich kann auch... So was, wir starten nächstes Mal hier. Wir starten nächstes Mal einfach von hier aus. Ich weiß nicht mehr, was auch beim anderen war, warum wir da jetzt nicht weitergegangen sind. Aber wir starten einfach von hier aus. Wir werden nochmal schnell uns ein Level abgönnen. Natürlich auf Stärke. Zack. So. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und Ciao. Tschüss.